Es ist die Infamous Session der guten Vorsätze, in der wir gute Vorsätze haben, die wir dann aber vermutlich wieder nicht erfüllen werden. Ich will jetzt echt mal eine Story-Mission machen. Was sagst du denn dazu, Daniel? Geil. Krass, oder? Das ist krass, das ist geil. In der letzten Session war es echt so, dass wir oft eine Story-Mission machen wollten, aber dann hieß es irgendwie, mach mal hier den DUP-Stützpunkt weg. Finde das, mach dies. Das ist wie bei so Ehepaaren, wo er ihr morgens immer sagen will, wie schön sie ist, und dann sagt er halt aus Versehen, du besauerst mein Leben, ruiniert. Aber lass mal her. Hör, Mann, ich habe gedacht, als du mich über die Gebäude mit all den Helikoptern und alles vorhin hast. Genau, ja, ich bin sorry über all das. Nein, ich wollte nur sagen, du hast sicherlich den Hang von den Schmuck-Tricken, die ich dir gave. Na ja, ich brauche dich, mir noch ein bisschen mehr zu erzählen. Na ja, du hast die Tür zu zerreste, wie sie gerade durch die Elektrifieden Barricades hat. Da ist ein Transformer auf dem Ruf across den Weg. Du musst zu zacken. Aber es ist nicht gut gemacht. Sie hat das ganze Ding armiert und half der DUP-Standig zu schützen. Aber vielleicht, wenn wir beide zusammenarbeiten... Hey, meine Spezialität ist aus dem Ort, nicht in. Listen, wir beide haben unsere Reasons für zu gehen, Augustine. Sie hat etwas von uns, aber wir müssen es auf unseren Terminieren machen, nicht auf sie. Wir müssen sie aus ihrer Kastel und hier, wo wir stehen, die Chance stehen. Any ideas? Well, du kennst das zwei Kinder, das war auf dem Armored Bus mit mir? Fetch und Eugene. Ich denke. Anyways, DUP hat sie. Was? Just happened. Das war all die Kommotion vor. Guess you needed to reel them in to make up for me getting loose. She's sending them out to that big concrete platform that DUP built between the two islands. Well, then we gotta help them. Now, there's a pier right across from that platform. Meet me there just after sunset. I'll be there. Du schweine. Ja, das geht nicht. Reggie, Eugene, und Fetch die... I heard, I heard. Hank and I, we've worked out a plan to storm the island and take out whatever dupes are guarding them and... Nelson, I've been thinking. There have been a lot of innocent people killed lately. Normal people. Normal? Jesus, Reggie. We're not going back to that, are we? Look, I'm not sure I can help you add to that count, alright? Just to set a couple of bioterrorists free. Reggie, I'm a cop. I'm supposed to prevent this kind of thing. Just give me a call when it's over and we'll head back to Salmon Bay. And Delson, watch out for Hank. I don't trust him. Not toll. Huh. Ui. Geht's jetzt aufs Finale zu? Ja. Hier haben sie zwei Drittel. Reggie, what are you doing here? Look, those are people over there. They need our help. Not bioterrorists, not conduits. People. Well, thank you. And thank you for being here, so... What's a cop doing here? He's my brother, okay? He's here for me. So, what are you thinking? I've been doing some recon. Our best bet's the dock on the far side. It's less exposed. Figure you two can do your smoke... gift. Thank you. And draw their attention out front. I'll commandeer a boat and go in during the distraction. Why are you going in first? Because I'm a cop. Which means I can commandeer a boat and it's legal. You steal a boat. I'm going to haul your ass in. Oh, he'll do it. Too. So, we'll see you inside. Right? Yeah. See you inside. Stay safe, Wayne. Now, listen. We get out there and start making noise, Augustine will come running. Come on. I know a way into the island we won't be seen. Explain what happened. I saw Augustine kill you back in... You saw her shut me up was what you saw. Big difference. Shouldn't have brought the cop, man. That's a mistake. Huh. Funny. Is that the same thing about you? Here she is. We pop in here, she'd come out smack dab in the middle of the thing. You sure about this? Hey, when I was in that tower, I saw things. One more thing. They got one of them drone things out there. The ones you get powers from. How do you know about that? Sure would be nice to get a new power before stomping on Augustine. Let's go. Alright. Wow. Hello. Ha, er hat's... Zünd ihn halt nicht gleich an. Ich hab angeraucht. Das ist immer deine Lösung. Äh... Ja, meinst du, da kommt jetzt schon das Finale? Weiß ich. Kann ich mir nicht vorstellen, weil in diesem komischen Turm waren wir auch noch nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das zu Hause hört. Aber der Trigger von dem Playstation Controller quietscht. Was? Der ist brandneu. Hörst du das? Hast du jetzt kaputt gemacht? Du schuldest mir einen Playstation Pad. Schuldest mir Lampschirm. Und die Gage für die letzten 4000 Let's Plays. Gage, wo lebst du denn du? Offenbar nicht... Merk schon, du bist kein Veranstalter von Musikveranstaltungen. Das Wort nämlich vollkommen fremd. Aber der ist ja hier schon erledigt. So, jetzt hier Rupfi. Rupfi. Was machen wir denn da jetzt? Können wir jetzt Sony verklagen, dass ein unerträgliches Quietschgeräusch aus diesem Gerät ausströmt? Vielleicht ist es ja aus deinem Finger. Oh, das kann auch gut sein. Pass auf. Was denn? Wir schießen doch auf dich. Ach, das bisschen Schießen macht sich von allein. Trude Herr war das, oder? Das hört sich an wie so eine Metal-Band. Trude Herr. Trude Herr galt auch als die Metal-Band der 50er Jahre. Damals war Metal noch anders. Ja, toll. Aber das ist auch noch Trude. Könnte man ja auch nicht mehr bringen. Damals waren Metal auch noch Trude und nicht Trü. Oder Tru oder wie man da sagt. Jetzt würde ich hier irgendwie gerne mal wegkommen, weil... Du gleich im Arsch bist, nämlich... Ja. Na. Ja. Nee. Langweilig. Hier ist so ein Geschütz. Aber über dir wohl. Also auf der Karte steht eins zumindest. Ah, das ist so ein... So ein Gatling-Mann. Oh, da ist einer hinter mir, oder? So ein Saukerl. Mann über Bord. Au. Das war mein Plan. Neon gibt's hier gar nicht, oder? Nee. Das heißt, mit Typen... ...fesseln und dann die Bombe zünden. Kannst du wohl auch knicken. Dann kann ich Ihnen schnell hier Kapitulation annehmen. Au, 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 au. So. Aber die... Das sind nicht Huster, oder? Lassen Sie sich davon beirren. Weiß ich nicht. Ich hab ja noch Raketen, Idiot. Aber wie gesagt, wir haben irgendwie... ...Fortschritt 62%. Wir haben allerdings nur... ...einen Bruchteil der Stadtteile befreit. Ähm... ...keine Ahnung, wie weit wir sind. Ist schon das Finale, aber dieser Turm... Nee, nee, der Turm wird schon noch kommen, aber ich meinte, das ist halt hier so... Letzter Abschnitt vorm Finale vielleicht. Weil ich jetzt... ...stark aufs Finale zuge... Sag mal, gab's denn hier keinen soen Sniper-Schuss? Mit den Rauchkräften? Nee, das ist die Rakete. Dein Sniper-Schuss. Es ist ja allgemein schon ein bisschen entschlackt, oder? Also du hast zwar dreierlei Kräfte, aber... ...diese Flexibilität, die du in den ersten beiden Teilen hast, mit allen Kräften kombiniert... ...das hatte das Spiel bisher noch nicht. Nee. Weißt du, es kommt noch? Weiß ich nicht. Dass man gleichzeitig mehrere Kräfte haben kann und auch einen Knopf irgendwie umschneidet. Stell dich mal von der Steuerung schwierig vor, weil es war in den ersten beiden Teilen... ...war das Gamepad ja ziemlich überbelegt. Da war das mit dem hier L1 gedrückt halten und dann mit den Buttons, also Dreieck für... ...dieses und das für jedes, beziehungsweise auch mit dem Steuerkreuz. Das würde auch das Level-Design irgendwie ad absurdum führen, weil da ja wirklich überall diese Quellen sind... ...wo man das wieder ziehen kann, warum sich also die Mühe geben, das überall in der Stadt hinzulegen... ...wenn man es später sowieso frei umschalten kann. ...ha-ha! Wir haben es eine Stunde oder zwei, wenn überhaupt. Oh, du crazy fucker! Ja, ja, aber für mich ist es viel. Ich meine, ich habe ja auch noch andere Sachen zu tun, wie rumgammeln. Aber das war dann dieses so, ja, und dann irgendwann eingeschlafen, also jetzt hat irgendwann nicht mehr weitergespielt... ...und dann dieses so, boah, jetzt kommt ein neues Infamous, stimmt, du hast ja das erste noch nicht mal durch. Und dann fängst du halt wieder an und freust dich des Lebens. Ich habe auch den Dings-DLC erst den... ...Carnival of Blood oder Festival of Blood, oder wie ist er? Er ist ja hier vor zwei Monaten oder so durchgespielt. Der ist auch super. Hör dich hier und lass uns sehen, welche Kraft du hast. Ja, Neukraft. Er ist so, äh, äh, so, da war es so ein Krären-Relais. Oh. 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 You didn't disappoint me. Oh. I did like you, Ash, you just do like you promised. You son of a bitch, I trusted you! Never trust a convict. I see we found something in your size, but... ...just to be sure. Oh, lady. When my brother finds out what you did... Oh, he is gonna... He's gonna what? Nah. Oh. You could've hit me! Yeah, that's payback for blasting me with the angels. Now come on, get up! Come over here, I'll get those cuffs off you! Aber das hat sie doch aus sich umgebracht, oder? This way! I'll cover you! Boah, ich dachte halt jetzt im ersten Moment, dass er auf ihrer Seite ist und dass sie ihn quasi... ...festbindet und... ...ja, Reggie ihn sprengen soll. This way! Ach so. Wäre geil gewesen. Finde einen Weg, um zu Reggie zu gelangen. Reggie, he's still alive. Ach so. Oh! Oh! ... 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 So hoch und dann da so rüber. Wieso kann er denn eigentlich nur so langsam gehen? Das bisschen Beton trägt sich von allein. Jetzt habe ich übrigens schon wieder vergessen, wie die Schauspielerin heißt, in die mich die Augustine die ganze Zeit erinnert. Du der Herr. Nee, die ist denn da alles noch eingesperrt? Hallo. Du der Herr. Ähm, die, die in Sean Sean's Mom spielt und in Doctor Who, die, äh, Premierministerin. Achtung! Oh. Awesome! Oh nein, ich fürchte um Reggie. Das war auch nicht der stabilste Beton. I knew we couldn't trust him. Okay, okay, you were right. If I had listened to you, we wouldn't even be here. Uh-huh. Well, as long as we are here, I guess we should save those two people. How are you gonna get us out of here? I'm gonna have to shoot you down. Huh? Sounds like a plan Cop Man would come up with. Essentially, I'm starting to like Cop Man. Why sh- Oh, crap! Look out! Huh? Stop! Oh. Leave my brother alone, you bitch! Oh, dear God. Reggie! No! Nein, nicht Reggie! Oh, shit! Where is he? He's so loving. Hey, Delsin, Delsin, look at me. You gotta let me go. No, I can do this! Listen, we can't let this stuff get you two. David, I'm so proud of you. No. Always have been. No. I love you, bro. No! No! Boah. Ja. Na nun, Bosskampf. Ich fürchte, die Rache an Augustin wird noch etwas warten müssen. Denn das sehen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dann. Ciao, ciao.